Nein! Ich hörst du das! Hi und herzlich willkommen auf Deinemals Live! Sag hallo! Ich habe schon mein Trikot an und bin schon bereit. Nicht nur für das Spiel, sondern ich muss jetzt auch Bonny wieder zurück zu meinen Eltern bringen. Na Bonny! Tschüss Bonny! Tschüss! Bis morgen! Bonny habe ich weggebracht, wie ihr gesehen habt und jetzt fahre ich wieder nach Hause. Dort erwartet mich dann auch höchstwahrscheinlich schon Sarah, mit der ich heute Fußball gucken werde. Wir gucken nämlich bei uns in der Stadt, Public Viewing. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr da. Ich glaube das letzte Mal vor 4 Jahren oder so. Ich bin gespannt! Daniel ist zu arbeiten und deswegen werdet ihr ihn erst später sehen, wenn er von der Arbeit wieder da ist. Da wird gerade ein Auto angeschoben. Anlieger frei bis Baust... Ernsthaft jetzt! Wie, komme ich da nicht durch oder was? Nicht ernsthaft jetzt, oder? Scheiße, ich glaube die Straße hier ist gesperrt. Nein! Das kann doch nicht sein! Tolle Wurst! Schön. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Ich komme eh schon zu spät. Jetzt muss ich halt einen anderen Weg nehmen. Was? Was war das? Wer war das? Tor! 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 Ich hoffe, es ist der Neues, ey! Ey, ey, keiner macht hier mit! Dumm! Ey Leute, Sarah und ich haben beschlossen... Was ist denn los mit der Party? Ey, ich weiß noch vorher, wann war das? Vor 4 Jahren oder so, ne? Ging hier mega die Party! Alle haben irgendwelche Songs gesungen und sind mega abgegangen. Davor und danach. Wo müssen wir hin? Da. Zum Kassenautomal, okay. Heute war einfach mal... Selfie Time! Boah, Alter, Alter! Also erstens die Stimmung voll für den Arsch, muss ich sagen. Und dann sind da diese Weiber... Diese. Die einfach gar keine Ahnung von Fußball haben. Und einfach nur Public Viewing... Also beim Public Viewing dabei sind, um dabei zu sein. Ja, machen die ganze Zeit Selfies. Interessieren sich kein Stück fürs Spiel, aber Hauptsache geschminkt sein, wie ne lebende Deutschlandfahne, ja? Und sich überhaupt nicht für das Spiel interessieren. Ich hätte grad fast den alle in den Nacken kotzen können. Das kenn ich so nicht, ich bin mega enttäuscht. Ich bin wieder zu Hause, aber bin grad irgendwie mega platt und müde. Ich könnte mich jetzt auf der Stelle hinlegen und schlafen. Wir haben uns ja grad so wunderschön darüber aufgeregt, wie ihr gesehen habt, nach dem Fußballspiel. Wie es beim Public Viewing war, alles schön und gut. Haben durch diese ganze Aufregerei komplett vergessen zu sagen, was ihr wahrscheinlich aber schon wisst, dass Deutschland gewonnen hat und somit Gruppensieger bzw. Gruppenerster ist. Aber was auf jeden Fall heißt, dass wir nun weiter sind, was mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freut. Apropos Fußball, ich muss euch was zeigen. Seht ihr das hier? Man könnte denken, ich bin ein Riese und stehe vor dem Signal Iduna Park, aber nein. Daniel hat sich dieses 3D-Puzzle gekauft, das war, wann war das jetzt, am Wochenende, und hat es dann ganz stolz aufgebaut. Das Ding steht jetzt hier im Wohnzimmer. Schön. Aber das ist so typisch Mann. Wisst ihr, das ist so, ich würde mir das Ding niemals hier hinstellen. Ich meine, ich finde das Stadion auch toll und ich finde auch Borussia Dortmund toll und ich bin auch BVB-Fan. Auch wenn ich weiß, dass ganz viele da draußen von euch Dortmund vielleicht nicht leiten können, weil sie der Meinung sind, Bayern-Fan sein zu müssen. Trotz alledem steht jetzt einfach dieses Modell des Signal Iduna Parks hier. Da ich nicht alleine wohne, musste ich jetzt diesen Konflikt eingehen und ich habe ja auch lieber meine Kerzen stehen, Leute. Ich kann aber jetzt nichts dran ändern. Wir haben jetzt auch schon 20 vor 10, das heißt, gleich hat Daniel Feierabend und ich werde jetzt, erst jetzt, ja, etwas hier im Haushalt tun können. Nichts Großartiges, aber ich werde jetzt ein bisschen aufräumen und klar Schiff machen, damit, wenn Daniel zu Hause ist, er sich nicht denkt, boah, was ist denn hier los? Musik und habe mir dort Schuhe gekauft. Das muss ich euch erst mal zeigen. Kleine Vorgeschichte, diese Schuhe habe ich zuvor schon bei ASOS gesehen. Die waren aber immer vergriffen. Und ich dachte mir, komm, Schuhe im Internet bestellen. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr es seht. Finde ich, ist immer sehr schwierig, wenn man sie vorher nicht im Laden anprobiert hat. Hier haben wir jetzt neue Nikes geholt. Und dann ist es kein Placement, auch wenn der Name hier mega fett im Bilde ist. Nein, das sind Nike Tier. Und zwar die Weißschwarzen. Die sind so schön. Guckt euch diesen wundervollen Schuh an. Wundervoll, oder? Den gibt es eigentlich auch bei ASOS, aber der ist andauernd vergriffen. Und wo habe ich den jetzt nochmal her? Sidestep. Warte, ich muss den einmal anziehen. Das Ding ist, ich hätte die Schuhe jetzt schon mega gerne an, aber ihr wisst ja selber, wie das Wetter ist. Ich habe keine Lust, wenn es regnet, mit diesen Schuhen rauszugehen, weil das sind echt tatsächlich nur Schuhe, die man anziehen kann, wenn gutes Wetter ist. Aber ich meine, irgendwann, ihr kennt es selber, bei neuen Schuhen ist man eh immer so mega vorsichtig. Und dann denkt man sich irgendwann nach, komm, scheiß drauf. Ich ziehe jetzt auch erstmal nur einen Schuh an. Ich hoffe, das reicht, um euch zu verdeutlichen, wie schön diese Schuhe sind. Sind die nicht geil? Mega, oder? Und ich jetzt hier mit meinen Fußsäckchen. Geil oder geil? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde die so, so schön. Die machen so einen schönen Fuß. Daniel ist bereits da. Er ist aber jetzt schon duschen gegangen. Das Essen ist gerade dabei zu brutzeln. Und ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon mal erwähnt hatte. Daniel hatte mich nämlich gefragt, wie denn das Spiel gewesen sei. Dann habe ich ihnen das halt erzählt, dass Deutschland hätte eigentlich noch viel, viel mehr Tore schießen müssen. Die Deutschen waren auf jeden Fall die stärkere Mannschaft. Das ist ganz klar. Aber dafür, die hatten viel zu viele Torchancen, aber haben halt nur eine genutzt. Ja, jedenfalls habe ich ihnen das erzählt mit der Stimmung, wie das ist. Und ich finde es einfach nur mega traurig, weil ich habe gerade noch mal überlegt, wie es vor vier Jahren war zur EM, als Sarah und ich in der Stadt immer regelmäßig geguckt hatten. Es ist einfach traurig. Es gibt kein Fangesang mehr, was früher eigentlich immer war. Also es wurde durchgängig, die ganze Menge hat gesungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr beim Public Viewing seid, bei euch in der Stadt. Jedenfalls ist es bei uns hier richtig traurig geworden. Alter, vor vier Jahren, geschweige denn vor sechs Jahren bei der WM, hat das einfach jeder gemacht. Jeder hat mitgefeiert, jeder hat mitgegrölt, jeder hat mitgesungen. Alle waren glücklich. Als Tore fielen, sind sich alle in die Arme gefallen. Und jetzt, lass ein Selfie machen. Oh, ich poste das jetzt auf Snapchat, damit meine Freunde sehen, ich interessiere mich für Fußball, dabei interessiere ich mich gar nicht für Fußball. Halt die Fresse! Habe ich mich aufgeregt. Boah, krass, wie hier der Nebel hochkommt. Boah, krass. Das ist nicht an mir. Voll Special Effects. Das ist nicht an mir, weil es so heiß ist. Genau. Hallo, erst mal. Was gibt es? Ninge mit Bommisch. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. Es war sehr, sehr lecker. Wie immer eigentlich, weil wir das ja meistens haben. Ich habe jetzt die letzten Tage, waren wir ja mal in Dortmund in der Tierdalerie. Und guck mal, was ich gekauft habe. Ich habe ein Stadion gekauft. Ist das nicht cool? Ja, schön, ne? Jetzt ist das Stadion bei uns im Wohnzimmer und bereichert mein Herz. Ich wollte gleich eine Runde DTA spielen. Nach der Arbeit brauche ich meistens immer so ein bisschen Zeit für mich, um einfach runterzukommen, ein bisschen chillen, Schrante zu machen. Die Sandy ist auch heute ein bisschen sehr, sehr müde. Die ist heute Morgen relativ früh aufgestanden. Und wir waren gestern Abend recht spät im Bett. Jetzt wird sie sich auch gleich schon ins Bett legen. Kommen wir nun zum Dynamite des Tages. Ich habe darauf gewartet. Das ist auch schon so legendär geworden. Weiß ich nicht. Musst du die Leute da draußen fragen. Wartet ihr auch immer auf meinen? Beim Dynamite des Tages? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Der heutige Dynamite des Tages ist Beauty Pie. Und das ist ein mega krasser Kommentar. Ihr werdet es sehen. Es ist mega viel Text, aber ihr müsst es euch anhören. Das ist so süß. Hi Sandy und Daniel. Ich bin einfach mega geflasht von euch, da ihr beide mich voll an meinen Freund und mich erinnert. In Klammern Umgang miteinander, die Art der Sprüche und so weiter. Schon alleine deswegen finde ich euch klasse. Dazu kommt aber noch, dass ihr beide mega natürlich in euren Videos seid und nichts gestellt oder spielt oder gespielt ist. Sandy, ich finde dich mega schön und auch schön süß. Ihr beide passt einfach perfekt zueinander. Um auf die Frage zurückzukommen. Ich habe selber ein Tattoo an den Rippen mit Farbe. Allerdings möchte ich noch am Oberschenkel einen Wolf stechen lassen. An der Innenseite des rechten Oberarms ein Zitat. Am linken Oberschenkel zwei lag Katrinas Mann und Frau. Für meine Großeltern an der Außenseite des linken Unterarms ein Unendlichkeitszeichen. Mit einer Hummel drin und am linken Handgelenk ein Herz mit dem Muster meines Fingerabdrucks. Das ist ja nicht ein Masterplan. Ich habe allerdings auch eine Frage an euch. Wie ist das denn, wenn ihr miteinander streitet? Diskutiert ihr eher in Ruhe oder flippt ihr auch mal aus, dass es auch mal lauter wird? Ich würde mich riesig freuen, Deinemite des Tages zu werden. Für euch sind die Benachrichtigungen bei eurem Kanal an. Ist auch der einzige. Und ich freue mich auf jedes neue Video von euch. Lasst es euch gut gehen. Haltet die Ohren steif. Und ganz liebe Grüße an euch. Dankeschön, liebe Beauty Pie. Das ist aber ein echt langer und vor allem sehr, sehr netter Kommentar. Langer und schöner Kommentar. Ja, wie ist das denn so, wenn wir uns mal streiten? Das kommt ganz oft an. Komm, wir sind ehrlich, okay? Ja, sind wir, aber... Wir sind trotzdem ehrlich. Nein, also... Also bei uns fliegen auch schon mal, wenn wir uns streiten, ganz gut mal die Fetzen. Es ist auch nicht gerade ruhig. Ja, genau. Wir treten uns auch schon mal ruhig ein bisschen an. Vor allem der eine versucht dann lauter zu sein als der andere. Vor allem, wenn der andere nämlich gerade am Erzählen ist und dann der andere ihm ins Wort fällt. Ja, da kriege ich auch immer ganz besonders, ganz persönlichen Wutrausch. Ja, ich auch. Ja, ihr auch. Wir streiten uns zunächst, das auch sehr laut. Danach trennen sich unsere... Nein, wir trennen uns nicht. Oh Gott. Aber ich meine, danach trennen sich unsere Wege in dem Sinne, dass ich zum Beispiel ins Büro gehe oder ins Schlafzimmer, er im Wohnzimmer bleibt oder so. Daraufhin ist es dann so, wenn es ein ernsthaftes Problem ist, was nicht oft vorkommt. Ich glaube, es ist erst einmal oder so vorgekommen. Dann setzen wir uns zusammen und versuchen, wenn sich jeder beruhigt hat, miteinander zu gehen. Nochmal drüber zu sprechen und in Ruhe. In einem normalen Ton. Zwick ich ihr mal kurz in ihren kleinen Spick im Bauch, dann ist sie wieder angepisst, weil ich... Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Lass das sein. Aber wir streiten uns nicht oft. Also es ist selten, dass wir uns mal streiten. Dann habe ich auch mal eine Frage an die Allgemeinheit von Dynamite's Life. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr eure Streitigkeiten löst mit Eltern oder Klassenkameraden oder... Ja. Oder Freunden oder... Ne, Freundinnen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Wenn ihr morgen Dynamite's Tales werden wollt, dann schreibt fleißig in die Kommentare. Ihr müsst auch nicht so lange schreiben, wie das die Beauty Pie gemacht hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wie das funktioniert, seht ihr irgendwo hier unten? Bei mir. Und ich hatte recht. Bei... Du lügst. Ich lüge nicht. Du lügst. Ich lüge nicht. Du lügst. Ich lüge nicht. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier oben gelangt ihr zu einem letzten Vlog von uns und es bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als einen schönen Abend noch. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ciao.